Der Landtag hat Mitte Mai den Haushalt für das Jahr 2022 mit einem Volumen von etwa 13,4 Milliarden Euro beschlossen. Nahezu ein Drittel dieser Summe fließen zur Aufgabenbewältigung in die Kommunen. 60 Millionen Euro fließen in den Ausbau von Kreisstraßen, um den Sanierungsstau zu beseitigen. Den Kommunen wird mit dem Übergangs-FAG mehr Geld zur Verfügung gestellt, insgesamt 1,735 Milliarden Euro. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit wird zunächst für weitere zwei Jahre fortgesetzt. Auch die finanziellen Mittel für die freien Schulen sowie für den Strukturwandel werden aufgestockt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung, etwa in Krankenhäusern, Landesverwaltung, Schulen und bei der Polizei. Ein Programm ermöglicht mit über 500.000 Euro kleinere Sanierungsvorhaben in Schwimmbädern. Für die Kulturförderung stehen insgesamt rund 161,8 Millionen Euro zur Verfügung, ca. 31 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Musikschulen sollen 500.000 Euro zufließen, um mehr Lehrkräfte einzustellen. Etwa 9 Millionen Euro kommen der Denkmalpflege zugute. Für die Entwicklung der Industriekultur im ganzen Land stehen nun erstmals ca. 3 Millionen Euro bereit. Davon soll unter anderem das Technikmuseum profitieren. In Magdeburg wird erstmals die Kulturbrücke, ein dreitägiges Fest mit Musik, Literatur und Kunst, mit 9.000 Euro Landesmitteln gefördert. Kritik kommt von der Opposition. Die Linke stellt einen Sanierungsstau von 148 Millionen Euro fest. Schulen, Kitas, Sporthallen, Straßen, Brücken, Geh- und Radwege würden durch den Haushalt nicht ausreichend berücksichtigt. Längst überfällige Vorhaben zur Erneuerung und Modernisierung ihrer Infrastruktur werden Jahr für Jahr aufs Neue verschoben. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit sei ein Erfolg. Die Koalition weigere sich aber, in 300 zusätzliche Stellen zu investieren oder den Schulen eine mittelfristige Planungssicherheit zu gewähren. Langfristig sollte an jeder Schule die Schulsozialarbeit zum Standard gehören. Die Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen hat den Landeshaushalt abgelehnt. Er konzentriere sich nicht auf die drängendsten Lösungen in Fragen der Energiesicherheit und des Klimaschutzes. Die Mittel gehen im Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt um 14 Prozent zurück. Das sei eine klare Absage an jene Zukunftsfragen. Sogar der Bereich Landwirtschaft und Forsten wurde um 10 Prozent zurückgefahren. Das, obwohl dieser ein vermeintlicher Schwerpunkt der CDU sein soll. Bei den Wäldern wird entgegen großer Medien wirksame Ankündigungen gespart. Einige Maßnahmen werden zurückgefahren. Die nötige Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen im Land findet nicht statt.